Guten Tag. Hallo. Hallo. Wir sind hier im Australier Zoo. Mini, Mama und ich. Papa guckt da drüben irgendwo um. Ach, hier müssen wir ja hinkommen. Hallo. Na, war ein schöner Tag heute. Sag auch mal was. Ganz prima. Wir haben ein Stinkerchen auf den Arm gehabt. Guck, und da ist Papa. Wo ist er denn? Weg. Da musst du hinkucken. Hallo. Wir haben Koalas auf den Arm gehabt und haben Kängurus gestreichelt. Ich hatte ein bisschen Angst. Macht man nicht. Okay, wiedersehen.